Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 42.900 US-Dollar. Leichter Abverkauf heute Nacht, nachdem wir es hier oben nicht mehr über unseren Widerstand bei 43.900 US-Dollar drüber geschafft haben. Ihr seht schon hier drüben kein höheres Hoch. Wir haben die Bearish Divergence sogar nochmal ein bisschen verstärkt. Und dann ging es heute Nacht oder in den letzten Stunden auf jeden Fall etwas nach unten bis auf knapp 42.600 US-Dollar. Ob das jetzt schon die Korrektur war oder ob wir nochmal tiefer gehen und was heute auf jeden Fall noch ansteht. Denn heute ist ein sehr, sehr wichtiger Tag. Heute Abend ist natürlich auch noch der Fett-Zinsentscheid. Plus wir haben ja auch noch die Stockmärkte, die wir auf jeden Fall heute im Blick behalten sollten. All das werden wir uns im heutigen Video jetzt nochmal ein bisschen genauer anschauen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr auch das Ganze traden wollt, kann ich euch nur meine Partnerbörse Bingix empfehlen. Dort könnt ihr Krypto-Stocks und Forex, oh Mann, ist es noch früher morgen, alles traden. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 42.900 US-Dollar. Wir haben ja gestern schon mal darüber gesprochen, dass die Chance für eine Korrektur, zumindest eine Zwischenkorrektur, sehr, sehr hoch ist. Vor allem, weil wir hier wieder einen impulsiven Pump hatten, der bis jetzt noch nicht vollständig abgeholt wurde. Wir können mal hierzu gerade die Vector-Candles anmachen, da sehen wir auch, okay, die wurden jetzt auch noch nicht wirklich abgeholt. Wir sehen, das Golden Pocket ist noch nicht abgeholt. Also wir haben hier noch eine interessante Zone. Aber da haben wir ja gestern schon mal darüber gesprochen, dass vor allem der Bereich zwischen Golden Pocket und 0786er für den heutigen Tag oder gestern und heute auf jeden Fall noch interessant sein wird. Ob wir uns hier die Liquidität schnappen und von hier aus dann nochmal einen neuen Anlauf nach oben hin starten. Also, deswegen alles momentan immer noch so ein bisschen nach Fahrplan. Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir immer noch die Chance haben, hier in Richtung 45.000 US-Dollar auf jeden Fall zu gehen und sogar höher. Aber dafür müsste natürlich heute, wenn wir uns mal ganz kurz das angucken, heute Abend ist um 20 Uhr Fett Zinsenscheid, also 20 Uhr, nicht mehr 19 Uhr, weil damals noch Zeitumstellung war. Aber 20 Uhr, es sollen die Zinsen gleich bleiben. Das ist ja nicht wirklich was Neues, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Momentan gehen 97% davon aus oder wahrscheinlich sind es mittlerweile sogar ein bisschen mehr. Knapp 98% gehen davon aus, dass die Zinsen gleich bleiben. Gehe ich auch davon aus, bin ich absolut dafür, weil es auch in den letzten Wochen immer wieder so kompensiert wurde. Die meisten oder die allererste oder früheste Zinssenkung geht dann wirklich erst von März 2024 aus oder sogar Mai. Also hier ist es mittlerweile ziemlich ausgeglichen. Wir hatten schon mal Prognosen für März, die deutlich höher waren, dass da die erste Zinssenkung kommt. Und mittlerweile ist es sogar mehr auf Mai 2024 umgeswitcht. Mal schauen, was Paul heute Abend nochmal sagt. Es könnte vielleicht auch noch relativ interessant werden, nachdem das BIP leicht gesunken ist. Der Wirtschaft es an sich aber immer noch relativ gut geht, muss man ja fairerweise auch so sagen, auch wenn ich das ehrlich gesagt nicht so wirklich verstehe. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Es könnte heute Abend noch interessant werden, sollten die Aussichten positiv sein. Vermute ich erst einmal, dass wir hier ein bisschen eine volatile Phase kriegen. Das heißt so möglicherweise hier wirklich ums Golden Pocket bzw. 0786er rumtanzen, noch den restlichen Tag oder hier nochmal so einen leichten Abverkauf sehen. Und dann bei einer bullischen Entscheidung oder bullischen Worten, dass wir in Richtung 45.000 US-Dollar gehen. Es ist weiterhin so mein Primärszenario, davon gehe ich auch weiterhin aus. Es hat sich auch nicht geändert. Ich werde die Long-Position, sollten wir hier jetzt in das Golden Pocket reingehen und danach sieht es momentan aus, werde ich diese Long-Position verdoppeln. Das heißt der Entry, den wir hier unten bei 38.600 US-Dollar hatten, kann man mal prozentual ganz kurz ein bisschen darstellen. Das heißt wir haben einen Entry dann, wenn wir hier verdoppeln, sehen wir dann von 5%. Das heißt wir schieben das hier einfach nochmal ein bisschen nach oben hin. Das heißt so grob bei 40.700 bzw. 41.000 US-Dollar. Meiner Meinung nach absolut human, dass wir dann hier die Long-Position hin verschieben. Wir haben dafür wieder eine doppelte Positionsgröße und der Stop-Loss ist ja sowieso auf Entry. Also da verschiebt sich nichts. Das ist auf jeden Fall der Plan jetzt erstmal für den heutigen Tag. Damit rechne ich und dann schauen wir erstmal weiter. Ansonsten 4-Stunden-Timeframe hat sich mittlerweile auch eine leichte Bearish-Avergence gebildet, zumindest da mit den letzten Candles. Also ein bisschen Up-Downside-Potenzial haben wir auf jeden Fall im Laufe des heutigen Tages. Wenn ich die Position verdoppel, gebe ich das natürlich in der Telegram-Gruppe hier dann auf jeden Fall Bescheid. Sollte sich hier irgendwas noch tun im Laufe des Tages. Ansonsten blicken wir mal rüber zu Ethereum. Ethereum hat jetzt damit auch mal unser Ziel erreicht diese Woche vom Golden Pocket. Also ein bisschen sogar drüber geschossen. Hier bin ich ehrlich, warte ich ehrlich gesagt immer noch ein bisschen. Ich bin kein Fan momentan von diesem Short hier, vor allem wegen der ganzen Bitcoin-Geschichte. Ich hoffe hier eher noch aufs 0786er. Bin ich ganz ehrlich, das Golden Pocket war unser Ziel von dieser Woche. Da bleibe ich auch erstmal dabei. Wenn wir uns den 1-Stunden-Chart aber mal so angucken, da sehen wir schon noch ein bisschen einigermaßen viel Volumen hier oben. Und was auch hier drüben. Also wir haben die größte Volumenschicht, wenn ihr das mal anguckt, hier dieser Preisbereich hier drüben. Da war das meiste Volumen, das haben wir jetzt dann gestern geholt mit dem Golden Pocket. Alles schön und gut. Wir haben aber hier oben auch noch so ein paar Zonen, die er sich auf jeden Fall holen könnte. Das heißt, wir haben bis zum 0786er Platz. Das heißt, sollte irgendjemand von euch hier Short schon drin sein, würde ich auf jeden Fall Profite nehmen. Stop Loss of Entry. Sollten wir oder ich noch überlegen, dann warte ich hier ganz ehrlich hier oben aufs 0786er und gehe dann den Short-Weg nach unten hin. Aber auch hier bleibt jetzt erstmal der Short-Weg der gleiche. Ich bleibe dafür entweder Golden Pocket oder 0786er. Golden Pocket wurde erreicht. 0786er ist für mich jetzt aber nach derzeitigen Stand. Und auch weil wir bei Bitcoin noch nicht bei den 45k sind, gehe ich eher davon aus, dass wir nochmal ein kleines Leg-Up nach oben hinkriegen. Ansonsten die Struktur an sich sieht eigentlich noch relativ gut aus. Immer mal diese Volumenspikes und 1 zu 1 auch der gleiche Verlauf wie bei Bitcoin, wenn wir uns das mal angucken. Nur hier sind wir schon ins kleine Golden Pocket von dieser Aufwärtsbewegung. 0786er ist hier aber auf jeden Fall auch noch drin für alle, die hier auf jeden Fall nochmal long gehen möchten. Ansonsten blicken wir mal ganz kurz auf Gold, da tut sich reichlich wenig. Wir sind hier wieder im Golden Pocket abgelehnt werden. Da rechne ich auf jeden Fall heute mit ordentlich Bewegung, wenn der Fettzinsentscheid kommt. Short-Position, je nachdem was da heute jetzt noch passiert, wird verdoppelt. Und die Long-Position wird auf jeden Fall verdoppelt. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall heute mal drauf einstellen. Werde ich heute Abend da noch bekannt geben. Wenn es dann soweit ist, wie gesagt, ich warte jetzt erstmal noch den Tag ab, aber das haben wir ja die ganze Woche schon drüber gesprochen. DAX halte ich die Finger von. Dann Euro, US-Dollar, ersten Take-Profit geholt. Glückwunsch an alle, die das mitgenommen haben. Also hier im Golden Pocket, Stop-Loss ist Entry, aber da sind wir jetzt erstmal noch abgesichert. Da wird es heute Abend dann volatil werden. Und die US-Futures. Da, wie gesagt, warte ich jetzt noch auf morgen, das, oder, äh, auf heute. Es war aber auch die ganze Woche klar, dass wir hier erst am Dienstag oder Mittwoch in eine Position reingehen. Momentan nochmal diesen ehemaligen Widerstand bestätigt. Das heißt, auch hier haben wir auf jeden Fall noch Luft nach oben hin. Aber auch hier wird es wahrscheinlich dann heute das Setup geben. Ansonsten bleibt von meiner Seite aus nichts mehr zu sagen. Heute kommt auf jeden Fall noch ein kleines Altcoin-Update-Video. Werde ich mich jetzt gleich dranhocken. Und gestern habe ich es einfach zeitlich überhaupt nicht mehr geschafft. Also es kommen sogar zwei. Bin gespannt, was er dazu sagt. Ansonsten würde ich sagen, war es das auf jeden Fall von meiner Seite. Eventuell, wenn ich es schaffe, das wird aber relativ, relativ kurzfristig, werde ich noch Livestream heute Abend machen um 19 Uhr. Oder wir machen das um 19.30 Uhr erst. Aber das muss ich dann schauen, was ich, wie gesagt, heute noch zu tun habe. Ansonsten müssen wir das leider nochmal um eine Woche verschieben. Sorry dafür. Aber ich kriege es momentan einfach zeitlich überhaupt nicht gebacken, weil ich noch ein paar andere Dinge zu erledigen habe. Aber wir starten auf jeden Fall bald wieder damit rein. Ansonsten gerne unten einen Kommentar drinnen lassen. Auch weiterhin mit euren Altcoin-Wünschen. Ich schaue mir das natürlich an. Und ansonsten würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und dann hören wir uns später zu den beiden Altcoin-Update-Videos wieder. Und ja, wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay Crypto.